Komm, wollen wir doch ganz nach oben rauf? Ja, da. Oh, ich muss das noch schaffen, man. Komm. Jetzt hör auf! Mit dabei ist der Dominik, der da drüben steht. Hallo! Ja, wir spielen SG auf der Map, weiß ich nicht. Oh, geil, Eisenschwert. Es geht... Ah, nein! Ja! Komm, es wird... Nein, komm, zweites Stockwerk runter. Ja, ey, ey, schwer! Gut, danke. Komm mal, Ecker, Eisenschwert. Oh, Mann. Digga, ich fliege einfach mal runter. Also meine Aufnahme ist jetzt ein bisschen später gestartet, weil ich verpenne habe, aber das macht ja nichts. Komm. Gut. Dann halt nicht. Nein, Spaß. Oh! Das Skill! Wicht! Wicht das jetzt für kack? Oh! Alter! Fast! Da war wieder der Skill im Spiel! Ich hab keine Eisenschwert, bleib doch stehen! Und wo ist denn der schon wieder? Da! Ich... Da vorne bist du! Sehr geil! Ja, geil! Äh, okay. Hex! Bist du tot? Nein, aber ich glaub ich hab Hex. Ach so. Ja, genau. Ja, genau. Das ist immer das Beste. Ja, genau. Das ist immer das Beste. Ich weiß nicht halt, wo ich das erste Mal gehört hab, ne? Ich hab mich so tot gelernt. Ja. Das hat einer halt sehen. Ey, da wollte ich grad hin, ne? Die Kiste. Die seh ich nicht ein. Hö, hö. Da kommt ein Hund einfach da hinten. Ja. Ja. Der kriegt richtig auf die Eier. Okay. Rot. Gut. Ich hab drei Eisen, ne? Ja, gut. Ja, okay. Lass uns einfach mal. Ich schaff das auch so nicht. Ja, okay. Ja, okay. Ich hab... Ich hab... Yellow Keystone Fortune 1. Guck mal, was ich hab. Oh, ich bin reich, Brody! Ja. 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 Ja, wie sind die? Ich spür die Hecken hier alle. Ich spür die. Ja, nur bisschen. Ich hab die schon fett wieder verloren. Ja, aber dieses hässliche Hleopfer haus hoch. Ja, nur bisschen. Ja. und aber als er auch ich habe da kommt ich habe mich gerade auf den genauer ich habe ich habe ich habe mich nur auf den chat konzentriert und dann ist meine Maus so verrückt, ich werde dich erschrocken, ja aber deine Maus so, deine Maus so schön, ne? Spiel skillhacks.exe, aha, jetzt kommt's raus. Ach ja, Leute, mir ist aufgefallen, dass ich mir nicht gebetet habe, dass das mein Picture-Pick ist. Das ist mein Picture-Pick gemacht von Kumpel, das ist aber nochmal genauer in dem Review. Review. In einem Item-Review. Alter, jetzt reicht's, jetzt reicht's doch Wasser. Ich bin so kurz, kurz zu unkonzentriert, ne? Ah, 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 Junge, oh, ich nenne das Video einfach zu Tode erschrecken bei X-A-Renix, ne, bei Reamcraft. Ream. Das ist ein Tipp, ja, alter, typischer Wuch. Ach, das ist echt einer? Ja, komm, alter. Oh, das war dieser Farb. Ja, ich würde mal sagen, du machst mir ein Eisenhahnisch. Ich würde mal sagen, ich mach mir ein Eisenhahnisch. Ich würde mal sagen, du machst mir ein Eisenschwert und dir dann ein Helm. Oh, ich würde mal sagen, ich würde mal sagen, ich würde mal sagen, du bist schlecht. Wenn du auf einmal so schlecht bist, dann kommst du nicht mehr raus aus dem Loch. Das ist wie eine Sucht. Ich werde sagen, du musst dich sch CBS. Oh, was darf ich überhaupt? Nur Gülle, wie immer. Gülle! Gülle! Ich komm bei dir gleich vorbei und mach dein Haus voll mit Gülle. Aber doch. Ich rufe meinen Opa an, der kommt zu dir. Wieso ist einer? Das ist schon ein Tipp, ne? Ich habe zwei Eisen, ich sehe ein Crafting-Table. Ja, die hast du mega stil. Nein, nicht dir. Zu normalen Neuer. Oh, nee, ey. Nicht ich, normalen Neuer. Vielleicht bin ich ganz weniger. Alter, da kannst du ein richtiges Lager ausrotten hier. Von Meldern. Wo bist du schon wieder hin? Das ist ja deine Mutter. Ja, stimmt, das ist recht. Nicht so laut, man. Hallo, hier. Hallo. Da liegt's auch. Ja, vielleicht. Lass mal zum Spawn. Ich habe zwölf Pilze. Fußpilz. Richtig. Und das war die eine Million Euro-Frage. Boah, ich liebe das auch mal. Ich auch. Danke. Bitte, bitte. Mach ich gern. Verschieß deine Pfeile in der Dummheit. Aber jetzt will ich runterhubsen, jetzt. Nee, jetzt lieber nicht. Lass mal. Lass mal sch... Lass mal stecken. OALSER! Na... Junge, du siehst es in der Aufnahme. Ich hab wirklich schon fast alles vom Boden gesehen, ne? Ich hab's, ich hab's nicht mal gesehen. Digga! Nein! Deathmatch, Deathmatch! Schnell, jetzt bitte ohne Scheiße, ne? Ich hab Spaß, ich hab Spaß! Ich geb Gas, ich geb Gas! Hör auf, ne? Okay, ist gut. Ich bin ja da, ich bin ja da! Oh, ne? Solle, wenn man den Tür hört, meine Audiofl foliage so geil, aber посмотрим quê ich muss es noch schaffen jetzt hör auf du scheiß missgeburt du scheiß ich hab's fast noch in Wasser geschafft das ist nicht mehr normal du weißt dass deine KT jetzt dann bald auf 5 runter geht oder? hoffentlich verrückt aber ich lade es trotzdem hoch das ist mir scheiß egal ich schon Chaosrunde mit Rheem Games voll behindert also für meine Leute die das Video sehen ich weiß meine Worteal ist in dieser Runde sehr bescheiden das Video auch wenn es nicht so gut ist ich lass es trotzdem hoch vom Spaß bis denne tschüss 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 tschüss